Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harold Halibut. Schön, dass du wieder da bist. So, wir hätten in der letzten Folge fast Fischi umgebracht, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Deswegen, ähm, tja, wurden wir so ein bisschen angemahnt von Meroe und jetzt gehen wir zum Abendessen mit Bridget. Die hat uns ja eingeladen, weil wir immer so brav geholfen haben. Wir können noch mal ganz kurz gucken, wo war das denn? Oben in den Arkaden. Okay, also eine kleine Fischsuppe wird's geben. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und dann machen wir uns mal auf den Weg in die Arkaden. In die Agora-Arkaden. Also, let's go, Harold. Erstmal ein bisschen runterspülen. Flup. Schöne Musik. So, Slippies. Okay, auf in die Arkaden. So, sie hat ja gesagt, oben. Da ist sie schon. Guten Tag. Ah, Harold, da bist du. Schau, ich habe uns die beste Tafel in der Haus. Ah, hey, Bridget. Danke, es sieht gut aus hier. Sit down, sit down, komm. Was hast du? Ich sehe, die Fisch ist sehr gut. Welche Fisch? Actually, ich bin nicht sicher, dass ich mich wie Fisch noch mehr fühle. Oh, du hast eine schlechte Erfahrung mit dem? Um, kind of. So, Harry, wie hat dich dich gehalten? Oh, du weißt, ich bin Fisch. Was? Du weißt, ich bin beschäftigt. Okay, das ist gut zu wissen. Meroe ist dich gut? Sure, sie ist sehr Meroe. Ja, Thoreau sollte sein, dass sie mittel name sein muss. Nein, nein, ich sagte, sie ist sehr Meroe, wie, sie nicht viel verändern. Aber das ist auch schön. Ah, ja, ich habe immer das mit ihr über sie. Sie hat ein echtes mittel name? Ich glaube nicht so. Aber als ich jünger war, ich dachte, es war Jeanne, und dass ihr erstes Name war Professor. Ha, adorable. Anyway, wenn du immer ein Veränderungsgericht hast, kannst du immer kommen und arbeiten für mich, you know? Wie ein kleines Sabbatical. Oh, danke. Wenn ich immer die Zeit habe, das wäre Spaß. Du magst Alge, right? Ist das auf dem Menü hier? Nein, zumindest nicht. Ich hoffe, nicht. You know, in der Fall, ich habe ein Fehler gemacht. Ich bin sicher, dass es sehr lecker ist. Ich meine, dass ich etwas falsch gemacht habe, recently. Schade, aber es könnte wirklich sehr ernst sein sein. Wir alle machen ihn, Harald. Ich meine, look at Felix. Oh Gott. Nein, ich meine, dass er ein Fehler war. Er ist einfach ein bisschen... ...weyward. Aber das ist wahrscheinlich mein... Ich meine, unsere Schuld. Ich habe nur ein paar Mal gedacht, dass ich noch mehr wissen kann. ...über... ...über... ...suff. Ah, wissen, was ist überraschend. Du denkst, dass du etwas wissen, dann ist es falsch in einem anderen Kontext. Oder du denkst, dass du das falsch warst. Und bevor du es wissen, du bist ein All-Water-Energie-Consultant. Aber... ...wie oft hast du Dinge tun, die könnte gefährlich sein? Ich arbeite mit Energie, also... ...all den Tag. Aber es gibt eine Unterschiede zwischen wissen, wie viel zu sein und zu sein. So, being wise is... Ich denke, es ist being kind und zu wissen, was du nicht wissen. Und zu sehen, als nur was etwas aussieht. Hm. You know, jeder kann Fehler machen, aber nicht jeder kann lernen von ihnen. Danke, Brigitte. Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich denke, es zu viel Scheine. Oh nein, wo ist Buddy hin? Oh nein, aber so vergeht die Zeit und Zeit. Tag 18.262, noch 80 Tage bis zum Neustartfenster. Es ist einiges an Zeit vergangen. Harold hat ein bisschen rumgeshacert mit seinem neuen Kumpel, wie wir gesehen haben. Oh, sechs Nachrichten. Sunny Soleil. Hola, Harold. Ich habe gründlich darüber nachgedacht, was du mich letztens gefragt hast. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der niedlichste Fisch definitiv das Vielfleckenbäuchlein ist. Ohne Wenn und Aber. Hey Harry, hab an deinen kranken Freund gedacht. Ich schicke ihm oder ihr positive Vibes, okay? Dir auch. Harold, es war schön, dich wiederzusehen. Ist zu lange her. Lass mal wieder was von dir hören, du kleiner Trottel. Shia. Harold, Shia hier. Wie geht es dir? Was gibt's Neues? Cyrus. Cyrus. Harry, Cyrus. Hier. Hab ich neulich meinen Obszellator im Labor vergessen? Harold, mir ist aufgefallen, dass du dich noch immer nicht um den undichten Wasserhahn gekümmert hast. Er macht mich verrückt. Ich weiß, dass du beschäftigt bist. Aber ein Verstand wie meiner kann nur unter optimalen Bedingungen arbeiten. Okay. Mir scheint aber so langsam so ein bisschen irgendwie die gute Seele zu werden, wa? Vom Schiff. Hallo, Morrow. Ja, Harold, ja. Thomas. Thomas. Diese glowing particles I swabbed from Fish's skin might not be that spectacular on their own. But they do have their own kind of beauty. You see? Please slow down. I don't see at all. You will, when you inspect them under a microscope. They seem to give off an inner light. And since I've been looking, it's not dimmed at all. So, they're a light source? More than that. They might be our miracle. Our only hope of relaunching on time. Whoa. Also sind sie eine Power-Source. Genau so! Licht ist eine Energie, also habe ich gedacht, zu testen ihren Effekt auf unsere Bacteria-Cultures. Schau mal das. Schau mal, wenn die Partikeln interagieren, die Cultures unternehmen massive Mitosis und geben genug Radiation. Ah, es wird growing. Es wird die Dich ausgerüstet. Was wenn es nie weitergrößt? Nicht zu bemerken, es wird. Und du kannst, uh, den Grop, wie so. Ah. Phew. Okay, das ist sehr cool, aber ist es nicht gefährlich? Nur wenn jemand viel weniger Meticulär als ich versucht den gleichen kleinen Experiment falsch zu machen. Ha! Ja, du würdest du die Rho-Bakterien für Stunden schnauern. Also schau dir das für dich selbst für jetzt. Du musst mich nicht zu fragen. Also? Die Partikel haben sicherlich fantastische Proportional kinetische Potenzial und sogar moderatere Temperaturen. Und kreuziglich, ihre Rate der Radiation ist hochreguliert. Jetzt müssen wir mehr wissen. Okay. Well, sobald Fischi ist wieder wohnen, werde ich das fragen. Sieh, dass du das machst. Jetzt, lass uns zu den Arcaden gehen. Wir wollen nicht die neue Start-Procedure-Präsentation missen. Okay, auf geht's zu den Arcaden. Mal sehen, was sie zu berichten haben. Was es für Neuigkeiten gibt. Sieh, 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 in einem Representative Computer Model Simulation of the factors involved in a relaunch to the stage. Okay. Hi, everyone. Thanks for coming, I mean, to watch this presentation. There's a lot of science, so I thought I'd just show you the computer model. So, here it goes. Here it goes. This is... not supposed to... But, you see, in a way, this proves the importance of considering every angle. And with just a few calibrations, I'm sure... That's quite enough, Cyrus. Thank you. Moving swiftly on. Slipmire, will you please present flow-and-go to the audience, please? Absolutely, Madam CEO. Please witness the future of Fedora. A launch plan not just to the stars, but for the superstars you all are. The following presentation is brought to you by the Slipmire Foundation. Putting trust in humanity's dreams for hope. in partnership with All Water Corp. Making life flow. And sponsored by Slippy's Winter Sports Goods. Chill times all year round. The Fedora. Our home. Trapped. Together. All of us. Underwater. But no more. It's time we grabbed Destiny with both hands and say, Destiny, meet Project Flow and Go. We begin by rolling up our sleeves for some good old-fashioned hard work. Starting with making the Fedora whole again. Once we're back in one piece and good as new, apart from a few seaweed stains and a little rust, we'll utilize the awesome power of Slippy's patented air-con technology to freeze the ocean water around the base of the Fedora. Why? Well, did you know ice is 9% denser than water? That's what makes those ice cubes float on the top of your soda. Are you catching on? Here comes the kicker. The giant ice flow attached to the Fedora will rise up from the depths and help us go back into the atmosphere. Once we're airborne again, we'll have to say goodbye to our flow, but we'll never forget it and reignite not just our thrusters, but also our hopes and dreams. The stars await. Let Slippy's and the Fedora, powered by Slippy's air-con technology, take you there. Well, I think it's hard to say the people have spoken. Well, I thought you said it wasn't a vote. it's not. I just happened to agree with them. I'm not convinced your, uh, model is quite up to the rigorous standards we need. Slipmire's model shows a lot of vision and attention to detail. It didn't show any attention to detail that matters, just sparkles, and I think it's best we, uh, put a freeze on your project, Cyrus. I'm sure you have much more important things to do for the station. No hard feelings, eh, Kryas? Hmm, no, it's... Wait, what did you call me? We all want what's best for the Fedora, eh? Wish me luck! Tja, da hat man die Wirkung des Populismus gesehen, meine Damen und Herren. Something is afoot. Too many things that don't add up. And you know how I hate bad arithmetic. Right. Like, why my model failed? And why All Water went with a patently observed option? And why the tube fares keep going up. Yes, and why? Wait, Harold, I really don't think that part is connected. And why did they want us to keep going without letting us know about Slippy? Now that I think about it, there was something weird about his presentation. Yeah, 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 he seemed even more infuriatingly self-important than ever. Okay, name-calling isn't going to get us anywhere. Let's look at the facts. There's the energy shortage that Bridget told me about. We know which star procedure is most popular, even though it'll never work. Oh, maybe they're planning on that. Hmm. Are you positing a secret All Water plan shielded by a deliberately untenable public one? I think so. Yeah, I mean, you mean Slippies, right? Yes, I mean Slippies, but yours is clearly missing something too. I know, but the foundations are sound. I just need to pinpoint what went wrong. Did you double-check the velocity correction? Of course, but the power differential? Yes, yes, I know, but that doesn't mean anything without a variable energy diffusal. So you keep saying, but unless we run the model enough times, if I could just all models are false, so all very good and well to say, but we have to base our tests on something. A waste of time without more information first. We'd be the blind leaving, okay. We have a new message that if we just go to the house, we'll have more information with which to I don't know why you're bringing to the house and come to this. It's a matter of science. The light of the mind. Well, you mind focusing on the science of the variable energy that you need to be in the house. They're so excited. I should be the Labortoilette on the house and not wait. So, tschüss, Leute. Tja, we have just the Weak of the Populism seen. That has the Schlippmeyer done . Toll alles ist, aber es werden keine Details großartig genannt. Es wird einfach nur gesagt, das passiert, wir gefrieren das und dann klappt das alles. Herzlich willkommen in der heutigen Welt. Populismus. Klasse. So, dann wollen wir doch mal hier auf Toilette gehen. Die Lichtwächter melden sich, Hallo? Psst. Ha! Who? What? Don't panic. I'm a friend. Well, Freunde shouldn't scare other friends. What's this all about? Can you go the door? This is a strictly off-the-record conversation. Okay, I'm in. What's happening here? Okay, okay, listen, we need a man we can trust. Who is we? Oh, right. Yeah, the Light Keepers. What? The Light Keepers? Uh, yeah, that's us. Wow. So, how many of you are there? Well, it's just me in here. But, I mean, there are lots of Light Keepers. We are Legion. I'm one of them. An important one. Wow. So, how do you know you can trust me? I mean, you can, but, how did you know that, I guess you have eyes and ears everywhere, secret informants, and, and... Yeah, all of that stuff. You came recommended by a secret source. Right. Wow. Okay. So, what do you need? What we need is proof. All water are planning something. We know it. we just can't prove it yet. Yes. How can I get proof? I'm not very actually, uh, detective. Actually? When? Oh, just listen. The shaft above here leads to the CEO's office, but we know there's going to be an important meeting happening there shortly. Ah, yes, that shaft is freezing, thanks to Slippy's new and improved AC. We know, but we planned around it. First, you'll need to procure a small camera. Our intel has narrowed the location of one down tomorrow's lab. You'll need to distract her, steal the camera, and make it back to us undetected. Oh, okay. I think I can do that. Good. Time is of the essence. Meet me back here as soon as you have the goods. Will do. How do you know about the meeting by the way? A network of hidden informants? Ah, no, we just snooped in the CEO's diary during one of our open door policy days. Oh, okay. I suppose I'd better get to it. Godspeed's the pre-fish. Wow, I get a call name? Yes, and good luck. Warum glaube ich, dass es nur der kleine Junge ist? Ey, kann ich hier rein? Ich glaube, dass es nur der kleine der kleine Dschungel da mit dem Felix. So, klau die Kamera. Die Lichtwichter haben mich gebeten, die Kamera aus dem Labor zu klauen. Für einen guten Zweck. Operation Glitchiger Fisch beginnt. Na, dann mal los. Dann versuchen wir das mal zu klauen von Moreau. Ich weiß ja nicht, ob das so klappt. Guten Tag. Harald? Uh, um, uh, I am looking for the, you know, the little video camera. Ah, yes, the Pentasonic Mark II. If you say so. Have you seen it? Of course I have. What you mean is do I know where it is now? Yes. Do you? Ah, I really need a professor. I'm too busy to help you rummage around. Anyway, didn't you have it last? Oh, did I? I'll check in my room. Sure, it's not in there, though. Okay. In meinem Raum. Also, such die Kamera. Moreau meinte, dass ich die Kamera als letzte hatte. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber wie ich mich kenne, sollte ich trotzdem in meinem Zimmer nachsehen. Machen wir mal. Ja, gut, das ging natürlich easy, ne? Bring die Kamera zurück. Wittschiger Fisch hat die Kamera all lang Zeit, sie zurück zur Einsatzzentrale des Lichtwächters zu bringen, die Toilette. Nice, die geheime Einsatzzentrale. Sorry, beachtet mich gar nicht, alles gut. Ich, ich, ich mache nur gemeinsame Sache mit Kindern. Alles gut. Die kennen sich aus, die haben totalen Plan. Am Tag der offenen Tür haben sie das Tagebuch, äh, den Time Planner durchgearbeitet. So. Tür zu und auf den Dialog. hier geht's. Let's see, yes, perfekt. Let me just make a few quick modifications. Äh, what's all this? Modalcam. Huh? What's it going to do? Mobile secret reconnaissance, of course. Come on, let's get going. We don't want to miss anything important. Okay, so what should I do with it? Start by placing it in the shaft. Then you'll need to use the remote controls to navigate it to the CEO's office. Then you'll need to find a good view to record it all from, drive it back out of the shaft and into our welcoming arms, all in the name of truth. Right. Okay, I think I can do that. You don't want to drive? Uh, I would, but, uh, I'm not so cooped with remote spatial awareness, and, you know, someone like you has experience with control panels. Oh, well, if you're sure. Righto, Motocam. Let's take you for a drive. Okay, auf geht's. Beschleunigen. So, dann fahren wir mal hier ein bisschen durch. Okay, ach, das ist eine Ratte. Ha! Geil. Geil. Guten Tag. Eine kleine Ratte. Oh. Noch eine Ratte. Guck mal, das ist aber auch hier ordentlich gefroren durch die Air Conditioning, ne? Ei, ei, ei. Aber wir haben es anscheinend geschafft. Okay, Madam CEO, I'll be going now. Yes, I believe you shall. Godspeed, Schlipmeyer. Godspeed. Yes. Is that not a computer? What? It's me, Castle Chop. The password. Oh, for goodness sake, must I? Okay, fine. It's Kudzu hung shiny prize. I'm just calling to say you make amends Stage D as discussed. Do you have everything you need? Very well. Keep me in the loop. Time is of the essence. Yes, yes, okay, okay. Goodbye, Doctor, and don't let me or the Fedora down. Righto. 8-R-3-N-N-4. Open. Oh, hello, my lovelies. Listen to your beautiful purring. Oh, God, was war das denn für eine Ratte? Und warum sammelt dir so viele Uhren? Was ist da los? Nee, sorry. Zeig mal, Roe, die Aufnahme. Das ist eine große Sache. Ich muss mal, Roe, die Aufnahme des Meetings zeigen. Sie weiß, was zu tun ist. Schnell zu, Meroe. Schnell. Meroe. Hallo. Hilf mir. Phase D? Dr. Computer? This opens a whole box of questions. If you ask me, it's more of a parcel of intrigue. I wasn't and won't be asking you. Anyway, only one thing is for certain in all this mess. We must continue with the alternative start sequence post-haste. How on Fedora did you get this, Harold? It's a long story, but it all started when I... I'm sure you were very heroic, but it can wait. We've got to act fast. And we should be careful who we trust. Quite so. In fact, Cyrus, I think you should continue your work in the small room downstairs. It's out of sight and should have what you need. Okay, the really small one? Don't whine. Anyway, I have to see Bridget to tell her about all of this. Harold, can you take the box of computer stuff downstairs for Cyrus? We'll do. Great. Okay everyone, let's get on with it. Okay, auf geht's. An die Arbeit, Freunde. Bring Cyrus die Kiste. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin, ist doch gar kein Problem. Cyrus, ich bring dir die Kiste. So mal, der hat aber auch ein... Auch ein Affenzahn drauf, oder? Ach, in dem Raum. Ach, der ist jetzt offen. Ja, cool. Hallo, Cyrus. What about... But that would change the square of... Um, Cy? Hmm? Oh, oh yeah, hey, hmm. I've got this box of computer stuff for you. Oh, uh, thanks Harold, just put it on the table. Sure you don't need me to stick my screwdriver in anything? Hmm? What? No, no, I think it's fine. I was just... remember when... Anyway, what are you working on? Well, this place isn't exactly my usual setup. I need to expand the filter station control system with these parts. Then I can run the tests I need and access the thrusters. Drat, this is going to be tricky. Different gens of Servitech. The old Fedora firewall is blocking me out so that the connections might not talk properly to each other. Oh no, that'd be lonely. Yeah. Reckon you could go ask Rafi if they can help open a few ports and maybe disable the firewall? I've not a moment to lose. Sure. What should I tell them? Just that I need their system protocol expertise. Appeal to their vanity? Can do. Back soon. Ach, that's can the Raffi. That's I didn't want to expect. I didn't expect to have to wait. Bitte Raffi um Hilfe. Witzig. Cyrus wollte, dass ich Raffi in den Arcaden frage, ob die Firewall deaktiviert und ein paar Ports geöffnet werden könnten. Hoffentlich weiß Raffi was das bedeutet. Dann wollen wir doch mal da zu Raffi gehen. Let's go. Raffi kann uns hoffentlich helfen. Ja, so langsam kennen wir uns hier aber auch sehr gut aus auf der Fedora. So, Agora Arcaden. Let's go. Mit dem quatschen wir noch. Mit Raffi. Hoffentlich sind keine Kitty's da, dann beschwert er sich doch wieder und sagt öd. Allgemein hat er doch auch immer so viel zu tun, sagt sie doch immer. Jar freeze oh, hallo, was machen sie denn hier? Ich habe sie doch gesehen dabei, wie sie mit Fisch reden. A majestik show. But what secret motivations do their movements reveal? Major? Yes, Harold, what is it? Just passing through and thought I'd ask what you thought. You know, about the relaunch presentation. Yes, well, you know, I don't go in for that kind of thing. No, of course. Oh, what kind of thing? Conjecture. It's all a lot of hot air. But don't you think we need to relaunch? Perhaps. But we must retain order in the meantime. Getting too excited about isn't going to help anyone. I suppose. Anyway, I have observations to make. Okay, Major. See ya. Er ist auch echt ein bisschen witzig, ne? Und er scheint ja Fische zu lieben, so wie das aussieht. Scheint er ja wirklich sehr, 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 sehr zu mögen. So, er macht wieder Pantomime oder sowas. Ach, und hier, der Laden ist offen. Wartet mal, da können wir auch mal ganz kurz reingehen. Hallo. Oh, mohoin. Tommy, hey. Was ist es, Harold? Nicht viel. Was ist mit dir? Nicht viel. Nicht viel. Nur ein Business. Versuch ein guter Freund und ein guter Vater. Keeping myself in shape. Tidying the store. Helping Felix with his homework. You know, not much. That sounds like much. What, that? That's an easy day, pal. I'm basically on holiday when it's just that much. Strange holiday, but I'm glad you're feeling relaxed. So, come on. What's on your mind? It's... I was just thinking about those presentations. It all seemed a bit odd and not very reassuring. Do you know what I mean? I think so, yeah. Anyway, I'll tell you one thing. Slippy might have confidence to spare, but if I know Bridget, she'll have a thing or two to say about the energy output needed for such a big freeze. Either way, it's worrisome. Enough for a drink, I think. What are you having? Yeah, I know what you mean. Care to join me? Er ist auch echt ganz witzig, der Tommy, ne? So, dann wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz mit Rafi quatschen, ob er uns jetzt helfen kann bei den Ports und der Firewall. Hallo Rafi. Rafi? What is it now? Cyrus needs help with some pretty important research. So I came to ask, is there any chance you could help disable a Firewall for him? It's stopping him from accessing the systems he needs. For the research. Could you be any less... specific? Uh, no, but... Of course. I know what you mean anyway. Oh, how... I mean, great. So, you'll help? Afraid not. Any system Cyrus is struggling to access is old. That stuff isn't my responsibility anymore. I know, but it'd be a huge favor. Plus, messing with that might have knock-on effects. Might even mess with my cabinets here. Oh, I see. Well, um... Any tips for doing it ourselves? Have you tried turning it on and off again? Oh. I'll suggest it. Thanks anyway, Rafi. Ach ja, IT Crowd. Sehr schön. Sehr schön. Ja, der Standardspruch, glaube ich, von allen IT-Lern. Ja, so ist es. Sag, Cy, dass Rafi abgelehnt hat. Rafi hat mir gesagt, dass es definitiv keinen technischen Support mehr gibt. Andere sollen nicht wissen, was Rafi so denkt. Wie auch immer, Cyrus wird darüber nicht glücklich sein. Gut, meine lieben Freunde. Das würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich finde es super witzig. Ich mag diesen Humor von diesem Spiel. Ich finde es echt Hammer. Ich bin total gespannt, auch was die All-Water-Corporation damit zu tun hat. Warum die Chefin so viele Uhren da irgendwie hat. Wer ist Dr. Computer? Was ist der Plan D? Es bleibt spannend. Wer steht hinter diesen Plänen? Also schaltet unbedingt beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt. Harold Halibut hier bei mir. Gin Tonics. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Morgen oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Köstliche Grüße. Dein Gin Tonics. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Köstliche Grüße.